Hallo Leute, ich habe meine Sachen für morgen, morgens Montag gerichtet und ich will eure Abstimmung. Ja, also diese blaue Socken, ja, mit dem T-Shirt, mehr mag ich nicht auf, mit dieser weißen Hose und mit der wunderschönen Kette, ich lege sie mal auf den Boden, ähm, ich muss kurz mal so hinmachen, also eure Stimmung ist voll, also ihr wisst ihr nicht, das sieht aus wie kristall, ja, ihr habt schon jetzt gesehen, ja, ouchi, und noch mit dieser Tasche, ich weiß, helf mir was, die Tasche, ich weiß, aber die sieht doch schön aus, äh, gut, wenn echter Sunshine da ist, Sunshine, glitzert es voll, hier sieht es auch gerade scheiße aus, ja, ich weiß, ja, also bitte eure Abstimmung, es sollte jetzt sein, weil, ähm, ich muss schnell auf die Uhr gucken, weil es 21 Uhr ist, also ich will, äh, kommen schnell, bye, 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 bye.